Dieses Testbild der Firma Burosch ist die visuelle Grundlage für die optimale Bildeinstellung. Die Firma Burosch ist Marktführer auf dem Gebiet der TV- und Beamer-Bildoptimierung. Das Testbild ist in fünf verschiedene Testzonen unterteilt. Damit können Sie Ihr Fernsehgerät nun optimal einstellen. Erstens, das Bildformat bzw. der sogenannte Overscan. Blicken Sie auf die schwarzen Dreiecke. Diese sollten vollständig sichtbar sein und den Bildrand berühren. Zweitens, diese Testzone dient zur Beurteilung der Helligkeit. Alle sechs Stufen müssen zu unterscheiden sein. Drittens, Kontrast. Auch diese sechs Stufen sollten klar zu unterscheiden sein. Benutzen Sie dazu den Regler der Kontrasteinstellung. Viertens, die Farbe. Bitte beachten Sie die natürliche Darstellung der Hauttöne der beiden Frauen. Diese sollten weder zu blass noch zu überzogen bunt sein. Und fünftens, Bildschärfe. Die Fadenkreuzlinien sollten klar und ohne Doppelkonturen vor dem grauen Hintergrund zu sehen sein. Damit haben Sie die Basiseinstellungen geschafft. Zur exakten Feinabstimmung finden Sie weitere Full-HD-Referenztestbilder auf der Homepage www.burosch.de, um noch viel mehr Bildqualität aus Ihrem Fernsehgerät herauszuholen. Entlocken Sie Ihrem Fernsehgerät die versteckte Bildreserve mit den Referenztestbildern der Firma Burosch, dem Spezialist für die beste Bildqualität.